Wir drüben! Ja, heil du dich nicht mehr. Lass den Scheiß! Huma? Oder soll ich schon? Huma? Lade nach! Ja, so blöd, dass Rocky gerade irgendwie den stummen Zuschauer mimt. Ach, Quatsch. Du kannst gerne den Kommentator spielen. Die Lunte brennt! Den Kommentator, ja. Jawoll. Ich hab... Habe ich die tatsächlich über das Safehouse geworfen? Ja. Ja, hast du. Hast du. Das hast du ganz richtig die Eckladen. Lass das ruhig fließt. Ja, nur ruhig fließt. Ja, das reicht. Ich brenne schon. Ist gut. Okay. Aua! Dann sollen die restliche Munition... Aaaaaaah! Komm rein, Hoff! Jetzt komm, sommige Schnätze. Äh, komm, Moin. Komm rein, Sky. Komm rein, Hoffi. Achso, hier. Ich packe an der Tür. So, das war wieder ein weiteres Let's Play Left 2. Amundiert meinen Channel. Danke fürs Zusehen. Ciao! 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 Ciao!